ja herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight tipps und tricks bunt ballerei nächste aufgabe wir widmen uns jetzt hier diesen zurückgelassenen spray dosen findet zurückgelassene spray dosen so leute epic games hat uns einen creator code gegeben ihr könnt eintragen unten rechts im item shop sofort u gleich ttv dann auf annehmen drücken das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen lieber kaufs unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen viel spaß mit dem video ja würde ich mal sagen nehme ich mir die wieder bei junk junction vor da gibt es nämlich auch wieder eine und bis die anderen da sind ja wobei schauen wir mal die eine ist nämlich da ganz hin in der ecke und zwar hier schon nahezu am ausgang wieder ja hier ist so damit haben wir die erste spray dose pech gehabt mein freund so erste spray dose haben so und schauen wir mal jetzt nehmen wir uns die nächsten spray dosen vor nächste ist hier in dem bereich und zwar hier unten da gibt es ja diese diese kuhle also da ist ja so eine ist ja so eingegraben hier ne und da unten ist wenn man da runter geht ist so also sagen wie so eine kleine höhle und da ist die nächste spray dose die holen uns jetzt als nächstes spray dose nummer zwei seht ihr das hier ist direkt zwischen blog und hier nutlik und da unten da unten drin hier jetzt hier runter rein da ist eine spray dose hat einer gesprüht das gefällt mir nicht wirklich so da ist die spray dose jawohl spray dose nummer zwei und weiter geht es spray dose nummer drei ist jetzt hier bei pressure plant und zwar ziemlich am eingang hier unten von dieser höhle hier unten bei dem lava fluss da geht es in eine höhle rein in den berg und direkt am eingang ist dann auch tatsächlich die nächste spray dose immer direkt hin holen wir uns das teil dann haben wir spray dose nummer vier nummer drei so jetzt ist die frage wo ist jetzt die spray dose und man sieht ja ach da ist ja ja geh fort ey willst du mich veräppeln lass mich wenigstens an diese gottverdammte spray dose ran da ist sie zack nächste spray dose können wir gleich hier unten landen bei diesem schrottplatz ist zwar auf der gegnerischen seite sollte trotzdem irgendwie funktionieren wenn wir uns jetzt die nächste dose holen wenn das hier losgeht fünf sekunden noch und zwar ist die dann hier unten gleich direkt zu dem schrottplatz fliegen und sich die nächste dose gönnen dann haben wir auch das geschafft dann hat er versucht da ist aber das ist ist dass das ist das ich das die die Man sieht es hier schon, hier ist er, da ist wieder dieses Spray-Motiv und hier ist die Dose. Jo, weiter geht's. Auf zur letzten Dose. Ja, ein bisschen suboptimal, ich werde trotzdem versuchen diese Spray-Dose zu bekommen. Ist hier direkt so, nannten wir das früher bei Spandau. Vielleicht gelingt es mir ja die Dose zu kriegen. Auch wenn die Gegner hier schneller da sein werden, wenn sie es haben wollen. Gucken wir mal, vielleicht habe ich ja Glück und hier ist irgendwo in der Nähe bei denen noch ein Roboter oder so, aber normalerweise landet bei Spandau niemand. Jetzt gucken wir mal, zwei Roboter auf unserer Seite, das ist schon mal ein bisschen glücklicher für mich. Ich versuche jetzt diese Dose zu kriegen. Schauen wir einfach mal, ob es mir gelingt. Geht jetzt keiner mit, ich weiß auch nicht, ob von den Gegnern jemand da ist. Ich will jetzt mal gucken, wo ist das Ding jetzt genau. Erstmal hier, wo ist dieses Gottverdammte. Holen wir jetzt erstmal hier oben eine Waffe. Ich muss auf die andere Seite rüber. Hier ist das Zelt und da ist die letzte Spray-Dose. So, hier nochmal auf der Map. Da ist es. Sehr geil. Spray-Dose. Letzte habe ich jetzt. Fünf von fünf. Ja, jetzt schauen wir doch mal, holen wir unsere Belohnung ab. Geil. Jetzt habe ich auch Tilted-Technik. Finde ich eigentlich ganz cool. Sehr geil. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen da oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder an, wenn es wieder heißt. Fortnite-Tipps und Tricks mit mir im Endeffekt. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.